Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Kehrt zum Kernweg Zurück, anzunehmen bei Adalgon, auf der Insel von Dorne, an dieser Position. Vorquest war, den Donner bringen. Kehrt zum Mehrweg in Dornegal Zurück. Dann machen wir das mal. Gleich sollten wir da sein, da sieht man schon den Eingang, auch fast keine Lahn mehr. Und wir müssen da hin. Fast Punktlandung. Quest ist abzugeben bei Merix in Dornegal, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.